Assalamu alaikum, mein Name ist Waldemar und ich bin, ich habe endlich Gott sei Dank zum Islam gefunden, weil ich erkannt habe, dass man erschaffen wurde, um Gott zu dienen und dass dieser Gedanke gefällt mir und ich freue mich endlich zum Islam überzutreten. Okay, dann sage ich es dir, was erlaub uns zu dir. Nabiullah, 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 Wara Suhu, Wara Suhu. Ja, jetzt bist du auf die Kiel Moslem. Vielen Dank. Entschuldigung.